Besta, so langsam übertragst du deine Lage, okay? Du kannst irgendein Patron von irgendwo sein, ne? Aber wenn ich dich alleine erwische, dann brech ich dir jeden einzelnen Knochen, Alter. Packt hat, Geyne wird heute noch Hand küssen. Ich würde, bevor ich eine Hand küsse, Alter, köpft mich hier. In Mexico sagt man Dia de los Muertos. Weißt du, was das heißt? Nein. Das heißt Tag der Toten. Am Tag der Toten trifft man wieder auf alle verstorbenen Menschen, solange man sich an sie erinnert. Ich glaube, Alter, ich werde mich an dich erinnern. Warte, warte, warte. Alles gut, alles gut, Mann. Ich soll deine Hand küssen und dann ist das Thema zu? Ja. Schick Jemmo hier weg. Nein. Ich... Nein, Alter, ich küss deine Hand nicht. Gut, Día de los Muertos. Gut, Día de los Muertos. Gut, Día de los Muertos.